So, da ist nämlich eine richtig schöne Insel, Hikari. Aber ich habe keinen Paddel, ne? Doch, habe ich hier einen. Kann ich aber wahrscheinlich nicht hinpaddeln, oder? Gut, dass du jetzt ein Bett bauen konntest, ey. Ja. Bettenbeste. Du kannst nicht zufällig einen Anker bauen? Einen Anker? Einen Wurfanker. Das ist da, wo das Segel ist. Mir fehlen vier Seile dafür. Wo das Segel ist, ähm... Einen Seil kann ich craften, aber nur eins. Seinen kann ich dir geben. Ne, das habe ich. Ich bräuchte nur Seile oder halt, äh... Seile habe ich nicht. Doch, Seile kann ich dir machen. Doch, hier. Zwei brauche ich, glaube ich. Ne, ich kann es bauen. Ich habe es gebaut. Hast du einen Anker gebaut? Ja. Okay, gut. Dann probiere ich jetzt nochmal. Wir müssen da nämlich hin. Paddel, 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 paddel. Kunststoff und Seil. Fuck, ich kann kein... Kannst du ein Paddel machen? Ja. Ne, ein Seil fehlt noch. Fuck. Wir kommen da wieder nicht dran, ey. Oh, da war so viel Seil. Äh, so viel, ähm... Oh, da. Hi. Ich passe mal kurz auf das Boot auf. Können wir uns eigentlich auch jetzt einfach schlafen legen, bis wieder Tag wird? Wir brauchen wahrscheinlich zwei Betten, ne? Ja, alle Spieler müssen schlafen gehen. Okay, warte mal. Jetzt habe ich doch genug für den Paddel, ne? Kann noch wieder ein Seil machen. Nur, ob ich das jetzt schaffe, da jetzt noch hinzuschwimmen, das ist wahrscheinlich voll krass gegen die Strömung so, ne? Hm. Vielleicht geht das gar nicht. Ich probiere es mal. Ne. Oder? Hi, hi, hi. Oh, shit. An unserem Grill. Nein, und unser Grill ist auch kaputt. Nein. Nein. Kann man... Liegt unser Grill noch im Meer irgendwie? Nein. Ist der weg? Boah, wir hätten den Grill wieder aufnehmen sollen. Wir müssen das immer entfernen am besten, damit das wieder in unserem Inventar ist, oder? Ja, stimmt. Ist doch besser. Ah, du verkackter Scheiße. Hi. Nein, ey. Nimm mal das Bett wieder. Aber warte, nimm nicht das Ding in, weil ich mach grad Wasser. Ja, nimm das Bett mal. Entfernen X. Entfernen X. Ich brauch aber auch nur Seile für den Grill. Hast du im Inventar jetzt, ne? Jo. Aber du musst kurz bevor du down gehst das droppen, sonst hast du das Bett im Inventar. Warte, da kommt wieder der Hundesohn hier. Alter, ey. Ich geh jetzt nur noch Haie angeln. Ey, Sparky Boy, moin. Okay. Ich kann einen neuen Grill bauen. Ja, nice. Aber ich lass den jetzt erstmal noch im Inventar, oder? Ja, wir brauchen mehr Plank, ey, wir brauchen mehr Boden, ey. Ja, komm her, warte. Was ist halt auch alles Kunststoff, ist die Scheiße. Aber wir können den mal hier so ein bisschen... Kann ich einen Becher haben? Äh, ja. Ja. Du solltest dir, glaub ich, auch einen Becher machen. Ja, mach ich mal. Oh, ich muss gleich auch was trinken, jo. Mach mal danach nochmal direkt was Neues rein. Trinken ist auch gerade wieder am Ende. Vier Kunststoff kostet das, ne? Ja. Hier, Kunststoff. Ich hab leider keinen Kunststoff. No, ich hab keinen. Hai, 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 Popeye. Oh, bitte, 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 bitte. Yes. Oh nein, mein Wurfdingen ist weg. Ach, scheiße. Ich brauch wieder ja Kunststoff in Plastikkacken. Okay, ich muss mal einmal hier rein. Jo. Nein, der Hai kommt. Ah! Alter, wie ein Peder ist. Egal, ein Biss nur. Nein, ich komm nicht drauf, das ist so schnell. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh doch, ist so. Oh Gott, oh mein Gott. Panik, ey. Ey, für sowas brauchen wir, glaub ich, auch einen Paddel. Oh Mann, ey. So, was wollte ich denn jetzt bauen? Na ja. Ein Plastikkacken. Einmal brauch ich noch Kunststoff. Warte, da brauch ich. Oh, ich muss was trinken. Ich brauch auch noch zweimal Kunststoff für eine Tasse. Okay, mein Essen wird langsam auch wieder scheiße. Ich muss dort angeln. Oh, oh, können wir hier sterben? Können wir, ja. Ich glaube schon. Oh, Mama. Wenn ich kommt, kein krasser Sturm, der unser Floß kaputt raut oder so. Ja, das mein ich ja. Okay, Hikari, kannst du einmal den Grill hinlegen? Den Grill? Ja. Äh, wo ist der? Achso, ich hab den, ich hab den. Nee. Du hast den. Der Grill ist kaputt. Nee, wir haben doch noch keinen. Aber ich hab doch neun gemacht. Achso. Oder hab ich den noch nicht gemacht, den Grill? Ich glaub, den hast du noch nicht gemacht. Ich hab doch einen Grill gemacht. Achso, ich kann jetzt ein Ding bauen. Okay, egal. Ich leg jetzt ein Grill hier hin. Die rohe Makrele geht da schon mal rein. Ich angle weiter für uns. Nice. Ey, da ist wieder so ein Floßdingen. Hikari, da wo ich hingucke, wo ich hinangele. Da müssen wir hinpaddeln. Da kommt wieder so ein Ding an. Boah, ich muss den nächsten bisschen nicht angle auch erst mal roh essen. Sonst sterbe ich. Okay, ich paddel uns da mal hin. Der Hai. Wo ist der Hai? Der war gerade unter uns. Der ist wieder weg. Oh Gott. Komm, die Kari. Boah, guck mal, wie schön das aussieht. Das sind bestimmt richtige Schätze, ey. Ja, bitte. Damit meine ich drei vermoderte Planken und ein Blatt. Ja, bitte. Oh, ich muss auch langsam was essen. Ja, ich habe eine Makrele auf dem Fü- Nein, 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 nein. Oh, Vengert. Ich habe eine Makrele auf dem Ding, wenn du... Oh, die muss ich essen, sonst sterbe ich. Mach. Hikari, du musst rüber gehen, weil ich muss weiter dahin paddeln. Ja, okay, okay. Weil wenn ich jetzt rüber springe, dann geht unser Floß weg. Ja, aber ich muss erst mal was essen und dann. Okay. Ja, das schaffst du ja. Wir sind ja gleich noch nicht da. Mann, ach, endlich. Okay, ja. Soll ich hinschwimmen? Nein, 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 nein. 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 Scheiße. Boah, ich hasse den Hai. Okay, hier, Hikari. Kannst du da hinschwimmen? Ja, ich schwimme da hin. Ich paddel einfach weiter. Ist der direkt hier, ey. Alter, das ist so voll der Millhaus, ne, dieser scheiß Hai. Und was kriege ich jetzt von hier? Ja, du musst gucken, was da liegt. Ist da oben eine Kiste oder so? Ganz oben ist eine Kiste. Ganz oben ist eine Kiste. Hikari, schnell. Schnell, das sinkt. Ganz oben ist eine Kiste. Musst du nehmen, da sind ganz viele Sachen drin. Ja, ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm. Ja, ich hab sie, ich hab sie. Okay, okay. Oh, der Struggle ist real, ey. Ich hab sie. Wir brauchen Planken mehr. Okay, nehm. Ja, ja. Warte, der Hai kommt. Ich muss erst mal mir jetzt Essen wieder besorgen, sonst sterbe ich. Jo, jo. Alter, das ist ja Hardcore-Struggle dieses Game, Mann. Scheiße. Ey, wir haben nicht mal ein geiles Flosso. Oh, ich hab einen rohen Buntbarn. Toll, toll, super toll. Geil, bin dir. Schön, toll. Hast du was da drin, ja, ne? Ja. Boah, ich muss Essen und Trinken. Das ist bei mir beides so am Blinken schon, weißt du? Essen und Trinken. Struggle, Struggle, Struggle. Ich brauch Kunststoff. Ach, Kunststoff brauchen wir eigentlich. Ja, Kunststoff. Hier ist gar nichts. Ich hab wieder Planken. Was hattest du denn geiles da drin? So einmal Bolzen und einmal Scharnier. Ah. Mehr nicht. Oh, da ist was da. Komm, jetzt ist wieder was ein bisschen angeschaut. Ja, der Anfang ist auf jeden Fall das stressigste. Hä? Hier waren doch grad Sachen. Wo sind die denn? Ah, da. Boah, ich bin so froh, wenn wir nachher so ein richtig geiles Flos haben. Weißt du? So mit zwei Stockwerken und so'n Scheiß. Und irgendwie ein Fernseher oder so. Oh ja, ich will auch ein Fernseher. PC. PC auf dem Flos bauen und dann immer zocken so. Oh ja, mein Buntbarsch ist fertig. Lecker, lecker, schmecker. Ich brauche auch noch mal was zum Trinken gleich und was zum Essen. Ja, Trinken ist ja fertig. Ah ja, okay. Immer direkt neues Salzwasser reinfüllen. Ja, mach ich. Das einzige Problem ist, dass wir gleich keine Planken mehr haben, um das wieder zu befeuern. Ja, sauber Kunststoff bauen wir auch. Ja, richtig viel Kunststoff. Ja, jetzt für unser Flos auch, ne? Wenn wir mal wieder an die Insel kommen, könnte ich meine scheiß Axt benutzen und richtig viele Planken besorgen. Oh ja, das wär nice. Aber wir schaffen das ja nie anzulegen. Ey, Tafrik, moin. Ey, lang nicht mal gesehen, oder? Wir brauchen, äh, den Anker hast du, ne? Äh, den Anker hab ich, genau. Ja, gut. Okay, so. Nice. Man kann auch reparieren, ne? Hier zum Beispiel, die Plank hat nur noch 30% Gesundheit. Genau, genau. Ich hab auch schon einen Hammer gebaut. Aber mir fehlt halt die ganze Kunststoff. Und dann müssen wir immer, immer sorgen, dass diese ganzen Sachen, die wir zum Überleben brauchen, nicht an so einer Ecke sind. Kriegst du den? Boah, ey, ich schwimm da jetzt hin. Ich will diese Kiste. Okay. Vielleicht muss man auch sein Leben riskieren. Aua. Ja, toll. Ich sammle trotzdem alles auf. Wie schnell hintereinander kann der angreifende Hai? Nell. Hey, Piet. Moinsen. Hä? Ja. Was? Ne, hier. Da hat er nicht genommen. Mein Aiming war genau drauf, weißt du? Warst du nicht auch früher hier? Oder ist der Name nur so geläufig? Der Name kommt mir irgendwie auch bekannt vor. Lustiger Piet. Nice. So. Ist high, ey. Okay, können wir hier noch was geallt bauen? Möwen? Können wir auch Möwen jagen? Ah, ich kann wieder ein bisschen bauen. Oh, oh. Mama. Oh, endlich, ey. So. Kann man das hier... Kann man das hier... Jetzt baue ich das erstmal so hin, dass das nicht mehr so am Rand ist, ne? So. Auch ein bisschen gebaut. Ah, fühlt sich schon ein bisschen besser an, irgendwie. Oh, ja. Ja, das kann sein, Piet, ne? Ja, so ist das manchmal im Leben. Ich sollte mir auch mal langsam mal ein Speer besorgen hier. Braucht man dann doch hier wieder Seile. Seile und Planken. Oh, meine Angel ist kaputt. Ich kann dir eins bauen. Ein... Ja. Speer. Das ist ja cool. Hä, Hikari. Ah, shit. Hikari muss die männliche Arbeit machen. Hab ihn, hab ihn. Nice. Ich hab ein Speer... Oh, hier, bitte. Den hab ich jetzt auch so hin benutzt. Hinter dir ist der Speer, ja. Nice, danke. Boah, ey, nee, jetzt kriegt er endlich mal auch ein bisschen aufs Maul, dieses Scheiß-Ding. Gebt mir das Plastik. Boah, das erste Mal, dass ich richtig froh bin, dass die Meere so verschmutzt sind, ey. Und man überall Plastik findet. Und Kunststoff. Oh, shit, ich muss was essen. Möwen klauen den Fisch vom Grill. Echt? Ja, scheiße, ich hab nicht aufgepasst. Äh, ich hab keine Angel... Ich brauch Seile... Oh, mein Gott, man braucht sieben Seile für die Angel, Hikari. Kannst du Seile machen? Neben Seile? Ähm... Oh, ich kann welche machen. Ja, ich hab hier vier. Alles gut, alles gut. Ja, ich hab auch. Wo war das jetzt? Wo war jetzt diese Angel... Äh... Da. Kannst du dir auch eine Angel machen? Ähm... Ich guck mal. Ich angle mal. Äh, brauch ich Planken und Seile. Okay. Aber ich weiß es nicht. Schauen wir mal dann. Ich kann dir ein paar Seile noch geben oder machen. Ich hab noch fünf übrig. Was esse ich denn jetzt? Ich angle jetzt erstmal, dann musst du danach essen halt. Ich muss gleich auch schnell wieder essen und trinken. Ich bin gleich auch wieder in dem Bereich, wo das zieht. Hä? Nein, Hikari! Mein Fisch ist runtergefallen. Das heißt, ein Fisch sammeln. Ich hab keinen Platz im Inventar. Sammel den Fisch. Hilf mir. Du schwimmst schnell weg. Äh, warte. Ach, ich bin da. Ich bin da. Ich bin da. Okay, nice. Ich muss jetzt auf jeden Fall auch mal was trinken. Der Hai gibt viel Fleisch. Ja, aber dafür müssen wir den erstmal töten. Der müsste eigentlich gleich down sein, ey. Der spawnt aber auch immer wieder neu, ne? Ja. Also bestimmt, ne? Ich bin gleich tot. Du musst deinen Fisch essen. Ja, mach das. Ich angle direkt schon mal weiter wieder. Okay, gut. Nein, mein Dings ist kaputt. Ich kann nichts mehr ranziehen. Dann musst du dir eine neue machen, ja. Kunststoff. Ich brauch noch Kunststoff. Ich guck mal gleich, was ich habe. Wir können uns auch so ein Lager bauen. Dann ist unser... Nein, Hikari! Der Fisch wieder! Mein Inventar! Schnell! Ey, sag mal. Oh, ich muss mir mal so ein Lager holen, ey. Oder wir hauen jetzt echt. Ich hau die Samen weg, Alter. Scheiß auf die Samen. Ja, ich hab ja auch ein paar Samen. Ich kann das nicht einsammeln. Oh, fuck. Das war keine gute Idee. Oh, Mama. Oh, da ist wieder so ein Floß. Sauber. Ja, lass mal da hin. Okay, aber ich muss gleich was essen. Ich bin gleich leer. Da ist schon ein Fisch. Ja. Oh, diesen Magen grummeln die ganze Zeit. Ottermann, du Schlingel. Oh, nein. Schaffen wir das, Hikari? Kommen wir da hin? Du musst da wieder rüber, ne? Weil ich paddeln muss. Oder hast du auch ein Paddel jetzt? Ne, ich hab kein Paddel. Hm, Paddel hältst du leider gleich auch kaputt. Ah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe mit meinem Paddel. Doch, schaffst du, schaffst du, schaffst du, schaffst du. Ich hab nur noch 2% Paddel. Oh, da ist auch eine Insel. Okay, Hikari, du musst jetzt gleich rüber schwimmen. Mein Paddel ist jetzt gleich kaputt. Jetzt. Ich schwimme. Jetzt, jetzt, jetzt. Yay. Sauber. Zapp Gemüsesuppe. Ja. Zum Glück haben wir da das Rezept. Ich wüsste nie, wie man eine Gemüsesuppe macht. Oh, oh, der Hai kommt. Ich weiß mal, ob ich ja wenigstens auch eine Kompikse. Ich dehne ihn einfach ganz wild. Oh Gott, oh Gott. Was hätte du? Gemüsesuppe. Und wie kann ich das jetzt lernen? Ja, ich glaube, wir können das jetzt generell einfach, oder? Oder musst du dir das angucken? Nimm das mal in die Hand und guck mal, ob du dann irgendwie links klickst. Davon, ja, wir müssen zu der Insel. Also, zwei Kartoffeln und zwei Zwiebel. Okay, kann ich mir wieder ein Paddel machen? Nimm, ich brauche Planke und Kunststoff. Blume, Blume. Guck mal, ob du dir noch irgendwann ein zweites Bett... Dann könnten wir die... Achso, ja, der Fisch dauert noch ein bisschen, aber der ist gleich fertig. Da hinten ist wieder sowas. Yo. Boah, hoffentlich gehen wir da direkt drauf zu, weil ich habe kein Paddel mehr. Pass auf, die Möwe, die klaut uns gleich und die klaut uns den Fisch, ne? Nee, oder? Doch, doch. Dieses Stück Scheiße. Wenn du eine Möwe hörst, dann musst du ja sofort deinen Speer rausnehmen. Aber ich glaube, dann können wir das auch essen bestimmt. Möwe schmeckt auch bestimmt. Ganz okay. Man kann Nudeln machen kalt und man kann Nudeln machen warm. Oh, shit, die Hei! Habe ich. Okay, du bist ein, äh, Retter. Yes. Ein Retter in der Not. Ich angle uns nochmal ein Fischchen. Angel, bestes Item eigentlich. Ja. Vielleicht solltest du die auch, aber das kostet sau viele Seile. Wenn du irgendwie was Besonderes noch brauchst für die... Angel, dann sag mal Bescheid. Ich brauche einen Plastikhaken. Ah, kann ich wieder herstellen. Nice. Warte, ich glaube, Angel lohnt sich schon zu haben irgendwie. Okay, Paddel, Paddel, Paddel. Kunststoff. Wird der Muschi heiß wieder da? Oh nein. Wo gehst du jetzt aufpassen? Was hast du gesagt? Deine Muschi wird heiß? Ja, Muschi heiß. Ach so, der Muschi heißt wieder da. Hätte ja sein können. Weiß ich nicht. So, du hast kein Paddel, ne? Oh nein, habe ich nicht. Ich habe eine Zwiebel gefunden. Oh, nice. Ah, okay. Ich versuche da jetzt hin zu schwimmen, okay? Ja, okay. Gibst du mir deinen Paddel? Ich muss noch ruhig den Fisch. Ich habe keinen Paddel, darum geht es doch. Ich versuche das jetzt einfach so. Und dann versuche ich wieder zu dir zu kommen. Wollen wir nicht, weil das kein Fehler, ey. War ein Fehler. Wie weit bist du weg von mir, Carrie? Oh mein Gott. Ich habe Angst. Kann ich den Grill von hier abnehmen? Nee, ne? Schade. Ich habe Rezept Früchte, Kompott und Stein und Metall Erz. Wo ist der Hai? Der Hai ist bei mir, der Hai ist bei mir. Der kommt jetzt zu dir, der kommt jetzt zu dir. Ich hau den! Aber hat nichts gebracht, aber trotzdem möchte ich den einmal... Ach, doch, dein Leben. Naja, aber ich kann noch zwei Attacken oder so aushalten. So wie ist das nur ein Baby Hai. Okay. Ich hätte mal Bock, so ein Lager zu bauen. Ein kleines Lager. Kunststoff brauche ich. Da ist Kunststoff. Zeit für ein Lager zum Verstauen von Sachen. Ja. Das Ding hat einen Rechtsklick, wenn du nichts hast. Oder ist das eine Angel? Achso. So, ich baue jetzt ein Lager. Was haben wir denn hier rein, Hikari? Oh, da ist das aber wirklich ein kleines Lager, Alter. Rahmen oder so, oder irgendwie. I don't know. Oh, shit, ich muss was trinken. Scheiße, du. Vielleicht soll ich den jemanden später noch brauchen. Bauplan, Antenne. Einen Stein brauche ich wahrscheinlich, ne? Öfter mal. Ja, eine Insel wäre wieder mal nice. Ja, auf jeden Fall. Forschungstisch brauchen wir wahrscheinlich irgendwann auch mal. Du musst auch wieder was essen. Gibt es einen Fischi? Ist da einer auf dem Grill? Nee, ne? Äh, nee. Nee, da muss ich erst mal wieder einen angeln. Warte, ich nehme eine Zwiebel. Ich nehme eine Zwiebel. Okay, ich sage, ich angle trotzdem. Brauchen wir ja eh. Ach, eine Rübe. Wenn wir ein zweites Bett machen, könnten wir die Nacht überspringen. Ja, stimmt. Au. Falsch. Habt ihr gedacht, dann irgendwann mal so scheiß Kunststoff so wichtig wird hier. Ich will endlich, dass unser Floß besser aussieht. Das nervt mich so ein bisschen, dass das noch nicht so cool ist. Sollen wir mal so ein Segel bauen, dass wir uns schneller bewegen? Finden wir auch noch. Schrott brauchen wir dafür. Wo finden wir denn Schrott? Auch nur wahrscheinlich in diesen ganzen Dingern durch Zufall so, ne? Oh, ich brauche Essen. Ich wundere mich gerade, warum ich nicht mehr rennen kann. Oh, oh. Ich habe noch ein Fischchen in der Hand. Ich angle mal direkt weiter. Mein Magen krummelt. So, ich habe zwei fette Fische. Nice. Oh, oh. Hier geht's. Ey, der hat es echt geschafft, ne? Ich hasse ihn. Nein, oh, ich habe mich verdrückt. Das wollte ich gar nicht essen. Da war eigentlich immer mein Wurfhaken und ich habe mal keinen Wurfhaken mehr. Oh mein Gott. Scheiße. Jetzt mal wieder bauen. Egal. Ich habe noch einen Fischi auf Reserve. Nice. Ein schön einsam. Wir müssen mal so richtig geilen, ausgewachsenen Thunfisch angeln. Dann haben wir ganz schön Landerer zu essen. Ich nehme deine leckere Beleg... Ne, die gegarte Kartoffel. Die sieht so lecker aus, Ikiri. Ja, nimm die. Die würde ich gerne einmal essen. Aber hast du noch irgendwas anderes, was du reinpacken kannst? Ja, ich kann Fisch draufpacken. Das ist super. Du kriegst den Buntbarsch. Guck mal, der ist sogar richtig groß, der Buntbarsch. Du hast nicht Wasser nachgefüllt. Wollte ich gerade machen, ja? Mann, willst du, dass wir sterben, oder was? Ey, warte mal. Was ist denn, wenn du das nicht warst? Oh shit, jetzt brauche ich langsam wieder was zum Essen. Komm, ey. Krieg dieses scheiß Plastik da hinten. Brauchst du Kunststoff? Ich kann dir ein bisschen was geben. Ja, irgendwann bestimmt nochmal. Ja, gut. Aber ich brauche gleich auf jeden Fall auch nochmal wieder trinken. Und schon wieder verdustet. Und Segel wäre doch nice. Ja. Warum verdustet und verhungert man immer so schnell? Ja. Volle Struggle. Komm schon. Komm, 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 yes. Ein paar Planken. Boah, was zum Essen. Oh, der Hai kommt. Ja, hier ist ein Buntbarsch. Der braucht nur lange, weil der so groß ist. Der gibt dir bestimmt richtig viel Kraft, die Karree. Ja, ich esse ihn jetzt. Das ist ein richtig schöner Karabarsch. Oh, der gibt echt viel. Oh, hier ist eine Insel. Oh, nice, Sue. Wir haben ja auch ein Dings. Wir müssen was in dem Boot. Es gibt doch so ein Auffang-Dings, was doch das Icons einsammelt. Ja, so ein Netz. Ich glaube, das haben wir noch nicht. Oh, ich kann Paddel machen. Ja, nice. Sauber, ich paddel uns mal zur Insel. Du hast auch immer noch deinen Anker, ne? Ja, hab ich. Oh, das hab ich jetzt verkackt. Scheiß auf Vorrat. No. Wir leben eben hier und jetzt. Da musst du gleich den Anker werfen, Nikarree. Das sieht aus, als könnten wir da richtig gut was finden an dieser Insel. Die sieht nice aus. Hast du auch einen Paddel? Einen Paddel habe ich nicht. Kann ich... Oh, ich kann mal auf den machen. Ah, ne, mir fehlt Kunststoff. Kann ich gleich machen. Oh, das Lied scheint ein bisschen zu passen jetzt gerade. Nice. Ach, Mann. Nein, ich bin runtergefallen. Nein. Okay, wir sind wieder drauf. Lern schwimmen. Boah, dass uns der Hai aber auch die ganze Zeit umkreist. Er hatte nichts anderes zu tun hier in diesem Meer. Ja, aber... Okay, Kiris, wenn wir jetzt gleich nah dran sind, wirfst du den Anker, ja? Okay. Dann kann ich ein bisschen Paddel sparen und dann müssen wir halt ein bisschen schwimmen. Boah, Alter, mein ganzer Paddel ist schon gleich aufgebraucht, nur für den Weg hierhin. Okay, Kiri, wirf mal den Anker. Okay. Probe auf das, ob wir dann hier stehen bleiben. Wollen wir noch ein bisschen weiter, oder? Ja, können wir noch ein bisschen machen. Weil das ist ja nicht so schlimm zu schwimmen, so ein paar Meter. Wirf den mal. Habe ich den jetzt geworfen? Naja, du musstest den, glaube ich, am... Achso, hast du festgemacht, ne? Ja, habe ich festgemacht. Okay. Ja, gut. Ah! So habe ich mich erschrocken, ey. Ein Arsch. Ich tue nur meine Rübe drauf und Wasser. Oh, warte mal, ist das fertig, ne? Komm, Rübe. Ich angel noch mal ein bisschen. Können wir mal gleich gucken, ob auf der Insel, was geil es ist. Hä? Hä? Was ist denn mit meinen... Mit meinem Angel passiert? Pass auf, der Ei kommt. Der Ei kommt. Der beißt. Ich kann aber sterben. Ja, ne? Wir craften uns irgendwann eine Shotgun, dann haben wir den. So. Wieder ein Fischchen. Muss ich das hier irgendwie was erforschen? Achso, das ist erforscht. Das können wir wegschmeißen. Ah, geil. Nice. Endlich eine Forschungsstation. Ja. Können wir denn da dran machen? Bauplanempfänger. Öffnen. Hast du den gedroppt, den Bauplanempfänger da? Ja. Platziere den Gegenstand zum Erforschen in den Slot. Ah. Ich gehe mal auf die Insel. Das kostet was, das zu erforschen, ne? Oder was? Was passiert, wenn ich den Nagel erforsche? Weiß nicht. Achso, man muss das erforschen, damit man das benutzen kann generell hier drin. Ah, man muss jeden Gegenstand einmal erforschen quasi. I get it. Jetzt kann ich ein Sammelnetz bauen, ne, Hikari? Oh, super. Ein Sammelnetz kann ich lernen. Kannst du die nicht auch alle lernen? Ne, doch, jetzt kann ich das auch benutzen, ja. Können wir einfach lernen jetzt, ne? Nice. So, Bolzen habe ich doch auch noch hier gehabt. Boah, Metallangel. Metallachs und Schrotthaken. Metall in Besser. Sauber, Hikari. Jetzt geht's langsam ab, ey. Jetzt geht's endlich los hier. Ich höre dich da knuspern. Willst du teilen? Ich hab gar nichts. Ach, so eine bist du, ja. Gut, dass wir das endlich wissen. Kann man eine Arschbombe machen? Du, das weiß ich nicht. Arschbombe! Hauptsache, Hikari hat Spaß, während wir hier fast sterben. Pass auf, eine Möwe! Ich hab sie vorhin ganz genau gesehen, die sind Miststück. Huch, du hast meinen Fisch geklaut. Du hast meinen Fisch geklaut. Nein, hab ich gar nicht. Du Sack, und ich bin hier am Verhungern. Hat sie gerade meinen Fisch einfach weggeknabbert? Nein, du kannst ihn da wieder nehmen, der liegt ja hier. Ist das so? Ja, ja. Okay, dann nehme ich mir den gleich. Ist der einfach runtergefallen? Hab ich gar nicht bemerkt. Ich kann hier aber nochmal einen Fisch draufpacken. Äh, hier. Okay, warst du schon auf der Insel? Weil sonst geh ich jetzt mal drauf. Ähm, ja, wegen Planken wäre das doch nice, oder? Oh, wir können schön Eimer machen. Ja, auf jeden Fall. Denk dran, die ganzen Sachen zu leeren, ne? Falls du noch nicht hast. Nee. Acht Seile und dann... Boah, ja, ich mache uns noch ein Sammeln, der Zikari. Und wie macht man... Also, ich lege es hin und dann... Nee, du musst auf das... Äh, auf dieses Erforschen-Dingen reinlegen und dann gucken, ob du Erforschen klicken kannst. Ach so. Eimer, du siehst ja, was uns noch fehlt bei den Dingern zum Erforschen. Aber du kannst dir Sachen jetzt auch bauen, ne? Wenn ich die erforsche, aber trotzdem, ne? Okay, ja. Okay, gut. Ah, ja. Ah, ein Bogen. Nice, Bogen. Und ein Insektennetz. Oh, das machen wir mal gleich. Ich baue uns jetzt auch mal ein Sammelnetz hier dran. Äh, an eins, was noch nicht so kaputt ist. So. Ach, das hast du. Das ist das Sammelnetz. Ich gehe mal einmal auf die Insel. Ja. Ah, nein, ey. Genau dem Hai in die Arme geschoben, Mann. Aber wenn wir gleich die Bögen und so haben, dann machen wir hier alles kaputt. Okay. Das ist meine Axt. Und man kann so viel Stuff machen. Halleluja. Was war das? Ach, schön, ey. Hier gibt's Palmenblätter und Planken im Überschuss. Nein, mein Dings, äh, Speer ist kaputt. Oh, nein. Der hat einen Dings gefressen. Wir brauchen natürlich eine Plank. Kannst du dir einen neuen Speer machen? Ich, äh, ich habe keine Planken. Ach so. Ja, ich sammle welche. Auf mit meiner Axt. Ich muss ein paar Bäume kaputt hauen. Oh, auf so einer Insel ist das doch angenehm. Oh, ja. Wenn man nicht die ganze Zeit auf dem Meer rumtreibt. Ich muss ein paar Bäume kaputt hauen.